Bei der Lasagne-Bepflanzung werden Blumenzwiebel in mehreren Schichten gepflanzt. Ihr braucht dazu ein großes Pflanzgefäß. Wenn der Topf keine Löcher hat, bohrt ihr einfach welche mit der Bohrmaschine. Den Topf legt ihr mit einem Vlies aus, füllt darauf eine Schicht Drainage, dann folgt nochmals eine Schicht Vlies. Ganz unten liegen die Zwiebeln spätblühender Narzissen. Darüber folgen Hürzinten, Tulpen und Krokusse. Wer über den Herbst und Winter einen schönen Schmuck im Topf haben möchte, kann als oberste Schicht Heidekraut setzen. Das entfernt ihr dann im Frühjahr. Zum Schluss wird noch ordentlich angegossen. Sie brauchen kein Licht, bis sie im Frühjahr zu blühen beginnen und euch zeitversetzt zum Staunen bringen werden. und auf. Vielen Dank.